Grüß euch! Wir sind heute in St. Christoph vom Arlberg und wir gehen zusammen eine Sonnenuntergangstour. Aber Silke, was genau ist denn unser Plan heute? Wir gehen jetzt hier hoch und folgen dann dem Borggeistweg und gehen dann windlos hoch auf den Wurz. Ganz eine tolle Tour. Ist das so eine Standardtour? Mal was Besonderes. Schaut gut aus. Dann schlafen wir doch. Was findet man denn hier für Pflanzen? Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Pflanzen. Wir haben eine wahnsinns Artenvielfalt. Hier zum Beispiel, das ausschaut wie ein Seestand. Das ist eine fleischfressende Pflanze und die hat wie so einen Kleber auf der Oberfläche. Da bleiben die Insekten kleben und werden dann von der Pflanze verdaut. Man kann die am Knabenbraut sind die getüpfelten Blätter. Schaut richtig schön aus. Die gibt es bei uns hier, weil hier nicht gedüngt wird. Wir haben 30 wilde Orchideenarten hier. 30? Okay. Ich habe schon öfter gehört, dass der Alberg gar kein Berg ist. Woher genau kommt denn eigentlich der Name? Der Name ist eine alte Bezeichnung. Und zwar alle ist eine andere Bezeichnung für die Latsche hier. Und Berg haben die Walzer früher das Joch genannt. Die Latsche hat einen ganz speziellen Geruch. Kennst du den? Das kennt man so von der Sauna, vom Aufguss. Ah ja. Das ist so Muskelentspanner auch nach dem Wandern. Der Muskelkater. Ah ja, da oben ist unser Ziel. Genau. Musik 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 Wenn wir jetzt hier oben sind, was sind denn das Gipfel da außenrum? Hinten haben wir den Heuriffler mit 3,1 der Höchste hier eigentlich. Dann Zwölferkopf, Gammberg, dann haben wir die Sulzspitz, Kuchenspitz, Patriol. Hinten haben wir den Kaltenberg mit dem Gletscher noch und den Resten vom Gletscher. Musik Mit dieser wunderschönen Aussicht nach St. Anton und dem wunderschönen Sonnenuntergang verabschieden wir uns nun vom St. Christopher Hausberg, der Wirth. Musik Und würden uns freuen, euch hier in St. Anton am Allberg begrüßen zu dürfen. Musik 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 Musik